Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX Check heute am Mittwoch. Die nächsten Stunden, ich sag mal die nächsten eineinhalb Tage haben es in sich. Heute kommen Erzeugerpreise, heute Abend dann das FED-Protokoll und morgen dann die US-Verbraucherdaten und möglicherweise wissen wir danach, wohin die Reise geht. Der DAX hält sich einigermaßen stabil, das sehen wir auch gleich auf der Tafel in Frankfurt mit Sicherheit, im Bereich von 13.250 Punkten. Sie sehen den Late-In-Early-DAX hier auf dem Niveau des Vortages. Gestern haben wir 50 Zähler verloren, nachdem es ja relativ entspannt von sich ging. Wie gesagt, die nächsten Stunden, eineinhalb Tage, 30 Stunden werden es zeigen, wohin die Reise geht. Wir schauen uns das Ganze nochmal charttechnisch an, bevor eben die ersten Kurse eintrudeln werden. Gestern, wie gesagt, erst mal schwächer nach der Eröffnung, dann haben wir uns wieder einigermaßen gerettet, auch mit der Wall Street, die zeitweise doch deutlicher. Ein Plus war am Ende aber nur noch ein kleines Plus gerettet hatte von um die 40 Zähler. Trotzdem, auch nach den schwachen Vorgaben aus Asien, wie gesagt, dürfte der DAX relativ stabil in den Handel kommen. Das heißt, die 12.000-Punkte-Marke ist jetzt noch nicht in Gefahr, wenngleich das natürlich nur so um die 1-2 Prozent sind, die uns da noch fehlen. Wichtig natürlich, dass die 11.862 nicht unterschritten wird, weil ansonsten würde hier eine neue Verkaufswelle drohen. Sie sehen es im übergeordneten Chart einmal hier auf Schlusskursbasis das Tief bei 11.975. Wenn das unterschritten wird, wie gesagt, müssen wir uns hier mit dem Tief von Herbst 2020 beschäftigen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch die Hoffnung, dass sich die Inflation abkühlt. Der IWF hat ja gestern gemeint, dass wir 4,4 Prozent in den Industrieländern sehen werden im nächsten Jahr, was immer noch sehr hoch ist. Die Hoffnung, wie gesagt, dass die straffere Notenbankpolitik endlich greift, eben die Inflation bekämpfen kann und eben senkt und das meiste eben in den Kursen schon eingepreist ist. Das ist, wie gesagt, die Hoffnung der Anleger. Trotzdem auch jetzt schwächer als gedacht in den Markt gestartet, in den Handel gestarteter DAX mit 12.185. Aber ich sage mal, das ist jetzt alles Vorgeplänkel auf das, was uns heute Nachmittag, 14.30, wie gesagt, bei den Erzeugerpreisen bevorsteht, die vielleicht noch nicht ganz so wichtig sind wie dann morgen, Donnerstag, 14.30, wenn die US-Inflationsdaten, die Verbraucherdaten kommen. Dann, wie gesagt, kann es volatiler werden. Davon bin ich eigentlich, davon bin ich überzeugt, dass wir da schon höhere Schwankungen dann sehen werden. Es drängt sich im Moment kein Einstieg auf, weder auf der Short noch auf der Long-Seite. Wir sind da relativ im Niemandsland, im Technischen, sage ich mal, wichtig wäre, wie gesagt, auch wenn wir endlich mal über die 12.680, 12.8 hinaus kämen, dann könnte man von einer leichten Entspannung sprechen. Aber die sehen wir natürlich auch nicht, solange wir nur 400 Zähler von der 11.860 entfernt sind. Ich wünsche Ihnen trotzdem gute Kurse, würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao.